Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video, heute mal wieder Clash Royale und ihr seht schon im Titel, 4 neue Karten werden released. Leute, es gibt bereits Gameplay von diesen 4 neuen Karten und das werdet ihr jetzt in diesem ganz ganz kurzen Video sehen. Ich wollte euch einfach nur mal informieren über dieses Update, was uns dann bevorsteht. Und ja Leute, lasst auf jeden Fall jetzt schon mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr von Clash Royale sehen wollt. Und vielleicht mache ich dann bald mal wieder ein ganzes Let's Play. Auf jeden Fall würde ich sagen, beginnen wir einfach mal hier mit dem Blasrohr Kobold. Ihr seht es schon, er hat halt so ein Blasrohr, schießt relativ schnell und ich blende euch hier auch nochmal die Stats ein, wie viel Damage der so macht und wie der so abgeht. Also ist schon ganz nice. Dann direkt geht es weiter mit dem Henker, der ist auf jeden Fall auch ganz nice, der attackiert Boden- und Lufttruppen. Wie gesagt, die Stats blende ich euch jeweils immer ein, dass ihr das auch hier sehen könnt. Und dann geht es auch schon direkt weiter mit dem Rambock, Leute. Und der ist auf jeden Fall auch ziemlich, ziemlich krass. Ihr seht das Gameplay, könnt ihr euch das auch gerne nochmal anschauen. Hier kommen auf jeden Fall Barbaren raus aus diesem Rambock. Die machen hier nochmal ein bisschen Damage an den Tower. Gut, und zu guter Letzt kommen noch die Kobold-Gang oder wie auch immer. Das sind halt auf jeden Fall drei normale Kobolde und drei Sperrkobolde. Ist auf jeden Fall auch ganz nice, Leute. So, jetzt nochmal alle vier Karten hier auf dem Feld. Es ist schon heftig. Also, ja, Rambock, dieser Blasrkobold. Also ich freue mich auf jeden Fall auf diese neue Karten, Leute. Ich hoffe, ihr tut es auch. Lasst auf jeden Fall jetzt schon mal einen Daumen nach oben. Da teilt dieses Video mit euren Freunden, dass die auch die neuen vier Karten schon sehen können, Leute. Bis dann. Haut rein. Ciao. Ciao. Vielen Dank.